Hallo mit draußen, hier ist dein Simmel Wanderer. Ich bin hier im Dunkel, Deutschland ist das Bild auch so schlecht, weil ich hier die rechte Beleuchtung nicht habe. Wobei, einen Moment. Viel besser ist es auch nicht. Ist egal. Ich habe hier einen Titel, ich habe das heute angeteasert und mir ist es wichtig, darüber zu sprechen. Ich habe schon einen Short dazu gemacht. Das hier finde ich interessant, weil das Schlechtes erahnen lässt. Ein Verdacht der Volksverletzung. SPD-Politiker erstattet Anzeige gegen Reichelt. Man muss jetzt kein Freund von Reichelt sein, um das meiner Ansicht nach bedenklich zu finden. Warum, sage ich euch gleich. Als Solidarität für totalitäre Ideologie bezeichnet Julian Reichelt die Regenbogenflacken vor dem Berliner Polizeipräsidium. Und er erntet dafür mehrere Anzeigen. Gut, dann hätte ich gleich drei oder vier verdient für das, was ich gesagt habe darüber. Deshalb solidarisiere ich mich automatisch mit Reichelt schon. Ich habe es ja als Gesslerhut bezeichnet und so, also von daher. Ja, auch SPD-Politiker Pantissano sieht den Tatbestand der Volksverletzung erfüllt. Währenddessen spricht Reichelt von Zensur. Ja, das sehe ich sofort, ohne die Hintergründe zu sehen, sofort so. Wenn du Kritik äußerst an dieser Ideologie, bist du gleich ein Nazi und Volksverletzung. Und das bedenke ich es auch. Volksverletzung ist alles, was heute Kritik ist irgendwie. Alles. Also, jetzt ist schon Kritik an so einer Regenbogenflagge und der Queer-Community-Volksverletzung. Warum ist ein Queerer ein Volk? Das macht einfach gar keinen Sinn mehr. Es ist ein Totschlagparagraf, der hat sich auch so entwickelt, dass er immer größer geworden ist. Er dient ihm eigentlich dazu, die Deutschen einzuschränken. Dafür ist das da. Das ist sozusagen eine Keule, die immer geschwungen wird. Gehen wir mal rein. Berlin, ein neuer Querbeauftragter Alfonso Pantissano hat wegen eines Tweets Strafanzeigen gegen Journalisten und Ex-Chefredakteur der Bild-Zeitung Julian Reichelt gestellt. Aus seiner Sicht sei der Straftatbestand der Volksverletzung erfüllt. Ja, deine Sicht ist natürlich immer übertrieben und extrem. Wenn man so ein Aktivist ist, in Anführungsstrichen, und so ist das eben, das sind alles Aktivisten, dann ist alles, was gegen die eigene Ideologie geht, böse und Nazi. Das kennen wir schon. Das hat normalerweise nichts zu sagen, es sei denn, man hätte einen Marsch durch die Institutionen gehabt und seit 50 Jahren hätten die Woken ihre Leute in alle Positionen gedrückt, im Gericht, in der Journalie. Ihr kennt das Problem. Das begrenzt meinen Glauben an den Rechtsstaat doch ziemlich. Denkt auch an die Polizistin, die wir heute bei Bisschen und Böse eingespielt haben, die sich ganz klar sozusagen solidarisiert hat mit den Klimaklimmern als Polizistin, die eigentlich neutral sein müsste. Gut, gehen wir mal rein. Reichelt hatte das Hissen der Regenbogenflagge vor dem Berliner Polizeipräsidium kritisiert und dies unter anderem als Solidarität für totalitäre Ideologie bezeichnet. Da gehe ich voll mit. Der Berliner Polizei legen mehrere Anzeigen dazu vor, sagte ein Sprecher. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt prüfe den Verdacht der Volksverletzung und werde den Fall zeitnah zur rechtlichen Einordnung der Staatsanwaltschaft vorlegen. Da ist es schon wieder, ne? Oder ist das schon wieder, der Staatsschutz. Also man hat das Gefühl, der kommt doch, wenn jemand gegen Baum pinkelt, so ungefähr. Also Staatsschutz ist jetzt irgendwie immer dabei. Reichelt reagierte auf Twitter auf die Anzeige. Das ist der Versuch von Zensur. Das ist der Versuch von Einschüchterung von Journalisten, schrieb er unter anderem. Ja, gehe ich voll mit. Darüber hinaus wolle sich der Journalist aber nicht äußern, sagt sein Anwalt Ben Oehle auf Anfrage. Panisano schrieb auf seinem Facebook-Profil, wenn wir uns gegen Hass und Gewalt gegen faire Menschen aussprechen, dann ist unsere Aufgabe, solche Vorfälle zu ahnen. Ja, immer wenn jemand eine andere Meinung hat, dann kommt einfach der Hammer Fass und Hetze. Es ist so billig, ja? Also willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Immer wenn du eine andere Meinung hast, ist das einfach mal Nazi und Volksverhetzung. Die gehen überhaupt nicht mehr in eine inhaltliche Diskussion. Können die auch gar nicht, weil das Ideologen sind. Das heißt, sie sind gar nicht diskussionsoffen. Darum habe er am Sonntag, nach dem Tag, vor dem Tag Anzeige erstattet, sagte der SPD-Politiker. Seitdem er das bekannt gegeben habe, habe er hunderte Hassnachrichten auf verschiedenen Kanälen bekommen. Oh mein Gottchen, das tut mir aber leid jetzt. Reichelt musste im Herbst 2021 seinen Posten als Chefredakteur bei Deutschlands größter Boulevardzeitung Bild räumen und den Konzern verlassen. Im Hintergrund seines Karriereendes bei Bild waren Vorwürfe des Machtmissbrauchs in Verbindung mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen. Der Journalist selbst hatte später von einer Schmutzkampagne gegen ihn gesprochen und die Vorwürfe stets zurückgewiesen. So, und da sehen wir wieder die Tendenzpresse. Was hat denn der letzte Absatz mit dem Fall zu tun? Gar nichts. Es geht darum, den schwarzen Peter auf jeden Fall an Reichelt weiterzuschieben, indem man sowas noch dazu packt. So nach dem Motto, der ist ein bisschen dubios, ne, der Typ so. Ja, das ist ganz klar, die Presse nimmt hier im Prinzip Stellung. Warum mache ich das Thema hier? Weil ich das für sehr gefährlich halte, für sehr, sehr gefährlich. Denn wenn dieser Versuch Erfolg hat, dann wird alles kritisiert, nein, alles kriminalisiert, was quer und gender kritisiert. Wir haben das, weil ich weiß schon, in England, und dann wirst du irgendwann in den Bauch gehen dafür, wenn du den Mund aufmachst. Das ist nämlich das Ende der Fahnenstange dann. Glaubt ihr nicht? Ja. Jetzt kommt es einem vielleicht unlogisch vor, aber das ist der Weg. Die Freiheit stirbt in kleinen Tröpfchen, in kleinen Scheibchen, Stück für Stück für Stück. Vergesst bitte nicht, der Marsch durch die Institutionen ist jetzt ungefähr 50 Jahre her. Die haben jeden Posten Stück für Stück besetzt und die machen Stück für Stück mit unserer Freiheit Schaschlick und grillen das schön durch. Dementsprechend ist das hier brandgefährlich und ja, eine Sache, wo Reichelt sich hoffentlich erfolgreich wird. Dann, ja, sage ich, das war es heute von mir. Folgt mir bitte auf Twitter einsamer Wanderer 4, bitte auf Get Ready in Lone Wanderer, bitte auf Instagram einsamer Wanderer 2019 und ich tiktocke ab und zu jetzt auch ein bisschen rum. Da kommen meine Shorts auch immer. Da kommt bitte hin, unterstützt bitte, liked, teilt bitte, pusht bitte den Kanal und vor allen Dingen, bitte, 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 aus verschiedenen Gründen, ich sage es immer wieder, ich werde es jetzt jedes Mal sagen, bis es endlich mal funktioniert, bitte kommt endlich auf meinen Zweitkanal, den ich extra für die Community auf deren Wunsch gebaut habe. Wandernder Wolf heißt der. Den bitte abonnieren, der ist ja dafür da, dass ihr Informationen bekommt, wenn der Hauptkanal mal wieder wegstriked ist, was leider nicht besonders selten funktioniert, weil ich ja gerne Klartext spreche. Um das zu vermeiden, müsst ihr es natürlich abonnieren, sonst bringt der Zweitkanal nichts. Ja, wenn ihr nicht wisst, dass der da ist und ihr keine Glocke habt, dann werdet ihr es nicht erfahren. Dementsprechend bitte, 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 zieht jetzt mal massiv, es ist ein Klick, es tut euch nicht weh, diesen verdammten Zweitkanal hoch, ich habe ein bisschen mehr als 1000 Abos. Das sind 10% von dem, was ich jetzt habe, das macht keinen Sinn. Dafür hätte ich den Zweitkanal nicht machen müssen. Bitte, 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 Wanderer Wolf Abos geben. Ja, ganz wichtig, damit ihr weiter informiert bleibt, wenn mal wieder was schief bleibt. Und wenn ich sowas sehe, könnte das eben demnächst mal wieder passieren. Ja, von daher, vielen, vielen Dank auch für die Unterstützung, die lieben Kommentare, immer das Teilen finde ich super, ich freue mich total darüber. Möchte ich auch mal zurückgeben an die Community, vielen Dank auch, dass jetzt immer mehr Leute kommen zu Bissig und Böse. Immer 19 und 30 Montags, bitte auf Bissig und Böse kommen. Sage ich auch nochmal ganz deutlich, auch da mal einschalten, da machen Karl und ich zusammen. Ein schönes Programm, denke ich. Naja, also schön. Wir arbeiten halt die Presse letzte Woche immer durch. Wenn man es schön findet, ist eine andere Geschichte. Ihr wisst, was ich meine. Gut, das war's von mir heute. Wir sehen uns morgen wieder.